Jungs, ich spiel jetzt wirklich solide. Ich spiel jetzt italienisch. Wir spielen jetzt italienisch, Jet. Haben wir jemals italienisch gespielt? Was machen wir? Machen wir den hier? Komm, wir machen den. Wir machen den. Das ist ein Fragezeichen-Spieler. Nee, oder? Nee. Oh mein Gott. No way. Oh mein Gott, no way, oder? Oh mein Gott. Solide spielen ist ja kompletter Quatsch. Italienisch ist der größte Quatsch. Das war nicht besonders schlau. Italienisch ist der größte Quatsch. Jungs, wer von euch hat gesagt, ich soll solide spielen? Italienisch. Da haben wir im fünften eine Figur weniger. Laut Theorie. Warte mal, sind wir in Theorie? Oder was? Warte mal, sind wir hier in Theorie? Sind wir hier vielleicht noch in Theorie? Aber wir können nicht casteln jetzt, ne? Wir können nicht casteln, Jungs. Dann nimmt er hier gegen. Weil der König dann hier steht, ne? Deswegen müssen wir fast schon den hier spielen. Und es droht jetzt natürlich auch der hier. Sehr schön. Haben wir alles gesehen. Das ist, glaube ich, Mainline. Ja klar. Safe. So, wenn wir jetzt hier F1 spielen, kann er natürlich nicht den hier nehmen, weil der sonst hängt, ne? Deswegen funktioniert das, glaube ich, irgendwie noch. Aber auch eher schlecht als recht. Muss man auch dazu sagen, wa? Der hier sieht auch clean aus. Wegen dem hier. Einfach D3 vorher, deine Springer, G viel möglich. Jaja, ich weiß, ich weiß. Ich habe es einfach nicht gesehen. Bei mir war das schon so drin. Aber ich bin kein D3-Spieler hier, ne? Aber muss ich natürlich machen. Aber ich hatte halt so wenig Italienisch auf dem Brett. Deswegen, äh, sei mir das verziehen, oder? Figurengewinn. Figurengewinn. Oder nicht? Chat. Äh, äh, Bishop D3. Greif den Springer an, greif die Dame an. Dame kann ich nehmen, wegen Takes. Lean. Kugelbuch. Auch wenn ich ein unbedeutender Fratz aus dem I-Netz bin, ich mag dich, Butch. Sei nicht so selbstkritisch. Äh. Kampfsuppe, danke dir. Danke dir. Aber du bist doch kein unbedeutender Fratz. Gehörst du zu den Kugelbüchern? Da ist man ja generell schon, äh, nicht mehr so unbedeutend. Wow. Kugelbutch. Würde ich erstmal, äh, sagen, oder? So, Figurengewinn. Wir nehmen aber so raus, Jungs. Wir sind ja kleine, kleine Taktiker. Wir nehmen so raus. Haben wir direkt hier eine Batterie aufgebaut. Und er will jetzt hier den Bauern gegennehmen, ne? Das einzige Problem, was wir haben, ist unser, unser Turm hier auf H1. Wir greifen jetzt erstmal die Dame an, damit er gar keinen Bock mehr auf sein Leben hat. Und dann gehen wir rein. Äh, wann kommt das Subbattle gegen Huschi? Wahrscheinlich am 4.3. Am 4.3. Also in zwei Wochen. Wenn du dich eintragen willst und mitmachen willst, einfach mal auf den Discord rauf. Ausrufzeichen Discord und dann unter dem Text-Channel Subbattle. Einfach mal eintragen. Kugibuch liest immer die Nachrichten vor, welche ihn loben. Na klar. Ey, ich hab ja hier die Gewalt, ne? Die Vorlesegewalt. Und dann nutzen wir die natürlich auch aus, klar. Na klar. Moin zusammen, Ariagon. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich sag jetzt mal so, entwicklungstechnisch sind wir vorne. Chat. Guck mal hier. Entwicklungstechnisch haben wir hier. Technisch. Oh, jetzt mach ich hier schon die Blumen. Entwicklungstechnisch sind wir vorne. So. Jetzt haben wir auch einen Satz ausgesprochen bekommen. Sehr schön. Kugelbuch, du bist. Buch, du bist. Was bin ich? Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut. Wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt. Wenn du bei mir bist. Okay, wir können natürlich hier entspielen. Greifen die Dame an. Machen wir mal. Dame angreifen, immer ein gutes Zeichen. Bei den zwei entwickelten Figuren des Gegners ist das ja nicht schwer. Wir haben ihn dazu genötigt. Entwicklungsnötigung. Sagt man das im Schach. Huch. Jetzt will er auch noch Damen... Jetzt will er Damen tauschen. Ich bin in der Stellung gar kein Fan davon, ne? Ich bin gar kein Fan davon, jetzt die Damen zu tauschen. Aber im Endeffekt haben wir eine Figur mehr, ne? Also Take, Take. Ah ne, Take, Take wahrscheinlich. Und dann G3, König 4 anstattieren und dann einfach die Türme raus, oder? Also was haben wir denn noch für Züge? Wir haben natürlich den hier, aber den kann er einfach sowas hier spielen. Und dann sind wir hier schon... Dann stehen wir schlechter wahrscheinlich schon. Okay, was wäre jetzt ein guter Zug? Wir müssen irgendwas angreifen am besten, ne? Eine Idee. Hier reinballern. Und dann hier hingehen. Oh, ja. Ey, DSDS würde ich machen. Also Bohlen, wenn du zusiehst. Du bist ja auch ein kleiner Schachexperte. Wenn der Bohlen gerade zusieht, ich bin da. Ich mache einen auf Pedro. Der heißt ja Pedro, ne? Also wie Peter, bloß mit O. Pedro. Clarissa, klar, einfach Song wünschen. Jungs, Song Request ist an. Song Request ist an. Einfach Song wünschen, ich bin da. Duxmania, lol. Habt ihr von einem Prime Gaming Abonnement auf ein Stufe 1 Abonnement gewechselt? Musik ist wirklich ein bisschen leise, ne? Wir machen mal lauter. Duxmania, danke dir. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Sub ist oder ob du einfach nur gewechselt hast. Aber trotzdem, danke. Danke dir. Oh, Leute, er gewinnt eine Figur, ne? Okay, den müssen wir rausnehmen. Weil er hätte hier den hier gehabt, ne? Deswegen müssen wir jetzt hier rausnehmen. Ja, ja, das war nicht besonders schlau. Genau, dumm ist weg. Hab ich nicht gefühlt, Jungs, ne? Kulturkonsonant, Türme in die Mitte. Machen wir doch glatt, wa? Wenn der Konsonant das sagt, sind wir drin. Ja. Der heißt ja nicht umsonst, Dieter Bohlen, der Schachtitan. Stimmt. So kennt man ihn im Volksmund. So, Schach haben wir, wa? Schach, er geht hier und dann gehen wir hier rein, der Turm hängt. Sieht actually clean aus, ne? Und mit clean Sachen kennen wir uns aus. Ja. Ja. Den Dummkoman brauchen wir eh nicht mehr, weil wir ja nicht mehr blundern. Stimmt. Blundern haben wir abgeschafft. Seit 1950. Blunder frei seit 03. Blunder frei seit 93. Immer gut. So. Jetzt nehmen wir hier gegen, nehmen wir hier gegen und dann macht's Bing. Auf ganz entspannter Basis. Du bringst mich immer zum Laden mit so Sprüchen, ey. Spritten, Bruder. Grüß dich. Warum nimmst du dich mit Spray dagegen? Äh. Hab ich nicht gefühlt. Hab ich nicht gefühlt. Manchmal ist Schach ja auch Intuition, wa? Und meine Intuition hat mir gesagt, Dame. Kugelbutsch. Und jetzt guck aufs Brett. Die Dame steht prächtig. Prächtig schmächtig. Okay, wir gehen hier. Turm geht hier. Huch. Frittenbude. Der haut hier einfach mal einen Zap raus an. An Aikatoro. Aikatoro, äh. Fühl dich gedrückt hier, ne? Der Frittenbude hat hier gegönnt. Der hat hier mal die Fritten auf den Tisch gelegt. Und hat hier einfach mal einen Zap gegiftet, wa? Warum nicht? Frittenbude, danke dir. Herz geht raus. Ich weiß nicht, ob der Aikatoro da ist. Hä? Sag mal, äh, Dave Fass. Was ist denn das für ein Maus-Slip? Bitte schön. Chat. Eins oder zwei in den Chat. Ihr kennt die ganze Prozedur. Eins will wir nehmen an. Und zwei will wir lehnen ab. Wir nehmen an? Chat? Eins ist annehmen, ne? Wir nehmen an? Lol? Real Talk? Okay, wir nehmen an. Fürs Karma? Karma größer, Karma größer Elo? Er wollte lang ruchieren. Imagine. Okay, wir nehmen an, Jungs. Okay. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Ich weiß nicht. Also. Oh, Junge. Janistan, lol. Äh, Jan, grüß dich. Moin. Grüß dich. Danke für den Rate. Ich hab vorhin auch mal reingeschaut. War interessant. Äh, Herz geht raus. Moin. Kuss. Jetzt fragt man sich. Kuss geht raus. Äh, danke dir. Lol. Äh, Jan, übrigens, äh, am Sonntag machen wir einen kleinen Vorbereitungs-Stream. Die Sonja und ich. Also, äh, ich hoffe, ihr seid auch prepared, ne? Ich hoffe, ihr seid auch prepared. Äh, es wird hart für euch. Es wird hart. Und, äh, wir strengen uns auf jeden Fall an. Die Sonja, die kennt dich ja schon ein bisschen. Du bist ja ihr Chef quasi. Äh, da kennst du dich dann, kennst du dich nach, äh, nur zu gut, wa? Und, äh, wir haben auf jeden Fall Pläne mit euch. Auf jeden Fall. Ja, ja, das war ich besonders schlau. Grüße von Jan, er sagt, du sollst die zweite Kamera anmachen. Ich hab ja gar keine zweite, ne? Das ist ja der Witz. Aber, äh, ich hab, ich hab den Stream ja gesehen mit Jan, ne? Jan hat ja uns ein bisschen imitiert. Fand ich ganz witzig. Hat er gut gemacht, ne? Mit der zweiten Kamera und so. Und hier auch so, so Side-Profil. Fand ich gut, fand ich gut. Und moin erstmal, genau. Dunkler Drache, moin. Ich grüße alle, äh, Francescos. Und, äh, was heißt denn, Francescos weiblich? Wie sagt man denn dazu? Francescas, wa? Francescas sagt er immer. Der kleine Knilch. Und ich werd mir, glaub ich, demnächst auch mal Salz prägeln. Irgendwie sowas. Haarpflegeprodukte. Brauch ich. Brauchen wir. So, was spielen wir denn hier, Jungs? Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Francescas natürlich. Okay, alles klar, Jungs. Alles klar. Francescas. Hat er viele Francescas, ja? Der ist, äh, beliebt bei Frauen, ne? Der Jan. Der ist ein Frauenschwarm, glaub ich. Aber schon seit, seit, äh, Anbeginn seiner, seiner, äh, Zeit auf dieser Erde wahrscheinlich schon, war es eine Schwäche? Als Schachspieler, Großmeister. Da muss man nicht lange reden, war? Da reden wir nicht lange. Also. Da geht's, da geht's zu dir oder zu mir. Und zwar direkt nach dem ersten Satz. Gibt nur Männer in Afghanistan. Huch. Ich glaub nicht, oder? Da ist doch die ein oder andere Blume auch am Start. Unter den was? Okay, also er, wait a second. Ähm, wir haben ein kleines Problem, wa? Weil er greift jetzt den Bishop und die Dame an. Ich hab gedacht, wir machen hier mal auf ganz, auf ganz entspannt hier einen kleinen, äh, Martin 1 Thread. Aber der Gegner hat aufgepasst, ne? Der hat schon mal Schach gespielt, glaub ich. Was machen wir da jetzt? Wir brauchen Tricks, Chad. Wir brauchen ein paar Tricks. Haben wir die, ist die Frage. Ich seh natürlich hier einen Schach, wa? Aber hier ist natürlich die, der Springer noch im Weg. Okay, was machen wir da jetzt? Ich glaub, wir sind einfach lost, ne? Ich meine, wir sind einfach lost. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Ich glaub, wir haben einfach eine Figur eingestellt, ne? Weil wir bewegen jetzt die Dame und er nimmt hier einfach den Springer raus. Das heißt, wir brauchen jetzt ein aktives Feld für unsere Dame hier. Tobias. Danke für den Follow, Tobias. Grüß dich. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Spaß an der Stelle natürlich. Spaß und Freude steht hier im Vordergrund. Paul bezahlen, huch. Der Läufer kann nur schräg ziehen, genau. Clarissa, kennst du dich gar nicht mit Schach aus? Ich kann dir die Sachen erklären, klar. Auch, äh, ich wollte gerade sagen privat, aber ist ja Quatsch. Ich bin ja kein, ich bin ja kein Lehrer. So, wir gehen für die Aktivität, Jungs. Wir haben jetzt eine Figur weniger, aber wir stehen aktiv. Und das ist sehr, sehr wichtig im Schach. Aktivität. Das ist A und O. Das sagt jeder. Stimmt, wir hätten vorhin die Damen tauschen können, ne? Dann wäre das alles nicht passiert. Aber, Chad, wir haben noch die, dem psychologischen Vorteil. Wenn wir Draw anbieten, nimmt er an. Ihr wisst warum. Wir haben ja sein, sein Takeback angenommen. Der muss jetzt, wenn er moralisch auf einer guten Ebene ist, nimmt er dieses Draw an. Deswegen, wir sind hier in Butter. Wir sind hier im grünen Bereich. Okay, oder er flext natürlich einfach so und gibt uns nicht viel E-Tour. So kann man es auch machen. So, Karma ist wieder da, Jungs. Wir sind wieder drin. Wir sind auf dem Brett und bleiben drauf. Okay. Moin, Kugel, du auch hier. Ich bin auch da. Bist du öfter hier. Auch ein guter Spruch immer. Bist du öfter hier. Okay, jetzt Turm G1 und dann hat der König hier gar keine Felder mehr. Deswegen Turm E1. Boah, Turm E1 sieht aber auch irgendwie... Boah, ey, aber G1 und dann... Ja, komm, Turm E1. Was soll denn der Geiz? Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, ne? Wobei, dann können wir den hier machen. Wenn er nimmt, nehmen wir G... Ja, ja, alles gesehen, alles berechnet hier. Da haben wir irgendwelche anderen taktischen Ideen hier. Ich glaube, wir machen jetzt einfach den hier, ne? Wir machen einfach den, wenn er nimmt, nehmen wir gegen. Da schaut man den Turm hier an. Der hat ja auch gar keine Felder mehr. Hat ein Feld. Und der hier hat zwei. Der hat doppelt so viele. 100% mehr Felder. Aufgeben? Hör, warum denn aufgeben? Aufgeben ist doch was für Franzosen. Er nimmt hier wie in dem Gegen. Oder hat er irgendwie schon was Krasses? Ne, ne? Jemanden einen Tipp, wo ich den Clip von Jan finde, wo er Kugel kopiert. Äh. Xen. Einfach mal Ausrufzeichen Discord reinschreiben. Und dann unter dem... Oh. Oh. Okay, jetzt haben wir hier einen kleinen Clusterfuck, ne? Jetzt haben wir hier einen kleinen, aber feinen Clusterfuck. Ach du heilige Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Wir können ja die Dame hier nicht nehmen, weil der Turm ist gepinnt, actually. Das habe ich gar nicht gesehen. To be honest. Das war Jan, ich dachte, das wäre der echte Kugelbuch. Hat man wirklich zeitweise gedacht, ne? Also ich muss sagen, er hat es wirklich gut gemacht. Mich haben ja schon mehrere Leute imitiert. Huschi hat es ja auch mal versucht. Und der gute alte Tuxmania. Aber ich muss sagen, der Huschi hat es am besten gemacht. Der hat ein kleines Talent, ne? Der ist schauspielerisch anscheinend begabt. Der könnte ja mal bei Berlin Tag und Nacht anfragen. Der alte Berliner, Kappa. Bei Hamburg 80, 500. Okay. Das Problem ist, wenn wir den spielen, nimmt er gegen, ne? Wir nehmen hier, er nimmt hier, wir nehmen hier, er... Oh, das kommt aber mit Schach, Jungs. Das dürfen wir ja gar nicht vergessen. Oh, das ist clean. Wir nehmen hier, er nimmt hier, denkt sich nichts Böses. Und wir gehen hier Schach. Oh, Jungs, äh, ja. Ja, das gefällt uns. Das gefällt uns sehr, actually. Wow, ja, Mann. Und jetzt hier, jetzt ist er ein bisschen im Zugzwang gefühlt. Sagt wegen Aufgeben von Franzosen. Da kennt ihr aber nicht MVL. Ja gut, MVL ist natürlich vom anderen Stern, wa? MVL ist doch der beste französische Spieler, oder? Laut, äh, meines Wissens. Wow, Google Butch. Wie gibt's denn da noch? Ich glaub, das ist der Beste, ne? Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich mein schon. So. Das ist eine komische Stellung, ich bin ganz ehrlich. Wahrscheinlich ist das irgendwie verloren. Aber ich weiß noch nicht ganz wie. Ich mein, er kann ja auch einfach rausnehmen, oder? Aber dann nehmen wir ja einfach gegen. Und jetzt kommt alles mit Schach, ne? Also ist schwierig. Huch, Lerbos. Danke dir für den Raid. Grüß dich. Junge, Junge, die Raids, die ballern heute rein. Lerbos, äh, ich grüße dich. Dich und deine Community. Und einen wunderschönen Stay wünsche ich euch. Muss man auch mal sagen, wa? Huch, da muss ja noch die Stream-Beschreibung geändert werden. Zu was? Marcel, Marcelo? Der alte Realspieler? Jungs, wen findet ihr besser? Real oder Madrid? Das müsst ihr mal euren Freundinnen erzählen. Oder fragen. Ich weiß nicht. Ja, habt ihr so? Also, kennt ihr so was? Ne, war ein Witz. Ihr müsst mal eure Freundinnen fragen, ob sie eher Real oder Madrid mögen. Oder Robert oder Lewandowski. Irgendwie so. Ja. Bitte nicht die Kugelberechnung in Frage stellen. Genau, das ist ein grober, ein ganz, ganz grober Schnitzer. Wir spielen ja aber auch gegen den Fragezeichen-Spieler, ne? Die haben's alle in sich. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, G6? Na, was soll denn das jetzt bedeuten? G6 gibt uns ein bisschen Raum, hier aus der Festung rauszugehen, oder? Das Problem ist immer, wenn wir halt hier auf diese D-Linie gehen, ne? Dann kommt das halt immer mit Schach. Ich weiß nicht, ob das viel wert ist, dieses Schach hier. Ich glaub nicht, oder? Einfach mal D1 spielen. Weil das Ding ist, unser Counterplay kommt ja auch immer mit Schach. Das heißt, das müssen wir erst beachten, wenn der König hier sich wegbewegt, ne? Dieses Schach hier. Und wir machen jetzt natürlich Raum für Tomei 1. Oder haben wir hier irgendwie was? Schach? Immer die Schachs berechnen, Freunde. Freunde der Sonne. Schach? Er geht hier. Schach? Er geht einmal wieder zurück, ne? Der Turm kann sich halt nicht bewegen. Das ist wichtig in den ganzen Berechnungen. Schach, er nimmt gegen. Ne, 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 wir machen Turm D1. Turm D1 und ein König E1. Alarm! Alarm! Meine Freundin ist unrealistisch. Tja. Ich sag euch so, wie es ist, Jungs. In den Corona-Zeiten hilft ja nur noch, äh, Tinder. Weil rausgehen ist ja nicht mehr, wa? Also ich bin früher auch nicht rausgegangen, aber, äh, also jetzt für normalsterbliche Menschen, ist das, glaube ich, die letzte Rettung, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Aber jetzt hängt doch die Dame einfach, oder nicht? Warte mal. Wenn ich jetzt hier nehme und dann? Dann muss er so nehmen, dann hängt auch noch der Turm. Hä? Okay, warte mal. Ich nehme mal die Dame raus. Er nimmt hier, wir nehmen hier. Dann haben wir noch einen Turm gewonnen. Schlagt die Dame. Machen wir. Und jetzt? Warte mal. Also entweder hat sich jetzt irgendwas Krasses überlegt, aber ich glaube, er hat einfach nur reingeblendet, der, der kleine Knil hier, wa? Ein klassischer. Ha, nice. Okay, plus sechs. Jungs, wir kommen wieder nach vorne. Wir waren ja schon mal 1850. Wir haben ja 100 Elo verloren in den letzten paar Tagen. Es läuft natürlich jetzt nicht prickelnd. Ahoi, Brause, haben wir, äh, haben wir auf dem Weg verloren. Wir bleiben drin auf dem Brett, komm. Huch. Infame, lol. Huggers. Oh, gegen den 1600. Aus der Schweiz. Ey, Infame, Huggers. Huggers, ey, danke dir. Ey, fünf Subs. Da ist bestimmt jetzt auch einer von den, von den Francescos dabei. Die freuen sich bestimmt auch. Und für die Francescos jetzt nochmal, damit ich euch zeige, wer ich bin. Und wofür ich stehe. Ey, Infame, danke dir, mein Bester. Danke dir. Wir spielen gerade gegen den Schweizer. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Jungs, das ist der Zug, ne? Den hat auch Fabian Krane gegen uns gespielt, ne? Fabian Krane x Jan Gustafsson. Genau den gleichen Zug. Wir haben den hier gespielt. Es gibt zwei Züge. Es gibt den Eric Rosen Zug und es gibt den Huschenbeet Zug. Wollen wir mal Huschenbeet Zug spielen? Ist Skerberus da? Skerberus, bist du da? Wahrscheinlich eher nicht, wa? Wobei, Skerberus eigentlich immer da ist. Das ist aber auch derzeit schwer, bei Google vorherzusagen. Komm, wir machen den. Für den Flex. Da gibt's Tricks, da gibt's Tipps. Tricks und Tipps. Gibt's eigentlich noch Spiele-Tipps? Die Seite? Internetseite? Die hab ich früher mal gefühlt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Oh, Bruder. Jetzt wirst du aber kriminell, mein Guter. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness? Das kann nicht richtig gewesen sein, Springer C4. Das kann, äh, Bishop C4. Das kann nicht richtig gewesen sein. Weil wir kommen jetzt hier mit C5 um die Ecke. Haben wir den Double Attack? Wenn er castet, einfach da mal auf. Ach du meine Nase. So, Jungs, er droht matt. Sehen wir. Sehen wir. She Parts SC 2U, Starcraft 2 wahrscheinlich. Grüß dich. Und Bopo Superstar. Okay, Jungs, wir sind jetzt hier in einer kniftigen Situation. Das Ding ist, wir können hier natürlich... Oh Gott, diese Stellung hatte ich schon. Wait a second. Da hat Satz schon noch zu mir gesagt, ich soll nachdenken, Google. Legit, genau die gleiche Stellung. Ich glaube, man nimmt rein, ne? Schach. Und dann gibt es irgendeinen guten Zug, den ich nicht mehr weiß. Leider. Ah, okay, warte. Das ist auf jeden Fall safe. Das ist safe, das können wir spielen. Müssen wir nicht drüber nachdenken. So, jetzt König hier hin. Und dann, jetzt gibt es irgendeinen kritischen Zug für Schwarz. Irgendeinen richtig guten Zug. Vielleicht? Quatsch aus. Boah, das sieht hart nach Quatsch aus. Harter Tobak. Aber warum sieht das nach Quatsch aus? Oder entwickelt man sich jetzt einfach? Ah, man könnte sich auch entwickeln. Dann hängt der hier quasi. Ne, dann hängt der hier quasi. Ist ja Quatsch. Jungs, wir brauchen einen kritischen. Kritischer, bist du da? Wir brauchen jetzt wirklich einen kritischen hier. Ja. Lass mich mal kurz überlegen. Rechnen ist das Stichwort, Jungs. Rechnen. Schach ist Rechnen. Aber wo fangen wir an, wa? Wo ist der Anfang hier? Das können wir nicht spielen wegen dem, ne? Oder gibt es dann irgendwelche Tricks? Mit irgendwelchen Springergabeln? Ne, ne? Nicht wirklich, wa? Okay, also Kandidatenzüge. Der hier. Dann macht er aber einfach den. Und dann ist doch schon Pustekuchen, oder? Ne, denn, oh, wir drohen ja den hier actually. Das heißt, wir gehen hier. Und dann ist Matt. Geil. Können wir nicht spielen. Castle? Dann hängt der hier. Alarm! Alarm! F5. Er nimmt Ante Passante. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Er nimmt wahrscheinlich sogar so einfach, ne? Ne, kann er gar nicht. Er macht so. Wir machen so. Oh, F5 sieht irgendwie nice aus, ne? F5, Ante Passante. Ha. Es kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Carsten sieht aber irgendwie falsch aus. Carsten hängt einfach den Springer hier. Ach, gefällt mir nicht. Oder macht man einfach den hier? Problem ist bei dem, er geht hier hin, ne? Und dann? Dann ist Polen offen. Dann hängt der hier und der hier. Ah, ne, nimmt man... Dann nimmt man raus. Ah, warte mal. Wir gehen hier. Er geht hier. Ne, Quatsch. Wir gehen hier. Er geht hier. Greift die Dame an. Wir nehmen so raus. Er kann nicht mit Dame rausnehmen und er kann noch nicht mit dem rausnehmen. Das heißt, der hängt einfach, ne? Oh, das könnte clean sein. Wir gehen hier. Er macht den und dann hängt er einfach. Ah, ne, wir sind ja dann matt. Oh, Gott. Ich hab keine Ahnung, was man hier macht, Chad. Ich hab keine Ahnung, was man hier macht. Aber hier gibt's was. Ich bin mir zu hundertprozentig sicher. Man gibt doch nicht einfach die Figur ab. Das kann mir doch keiner erzählen, Jungs. Das kann mir wirklich keiner erzählen. Carsten sieht irgendwie Quatsch aus. Bei Carsten, es hängt halt immer dieser Springer. Jetzt fragt man sich natürlich... Die machen den in einem Tier raus. Schwäche. Ich hab mir das doch in der Analyse mal angeguckt, ey. Im Endeffekt hängen wir jetzt unseren Springer, Chad. Ich seh's schon kommen. Ja? Die Carsten jetzt? Ich glaub selber nicht. Ah, ne, wir machen den, ne? Ja, ja, wir machen den. Wir machen den. Dann hängt der hier. Wir machen den. Er nimmt den. Wir machen hier Schach. Ja, ja, komm. Ja, Chad, was sollen wir da machen? Okay, Jungs, jetzt könnt ihr reinschreiben. Was wär der kritische Zug hier gewesen? War das der kritische Zug hier? Ne, ne? Ja, nicht so. Dame... Dame... Aber Dame D4 ist doch matt. Chad. Hä? Ne, ne, ne. Achso, Dame D4. Dame D4. Aber wär doch auch matt gewesen. Oder bin ich lost? Matt, meine jungen Freunde. Das wär matt gewesen. Es war kein matt. König hatte D8. Ach, du Scheiße. Ey, Chad, ihr wollt dann... Okay. Dame D4. Und dann wollt ihr König auf D8 spielen. Nach dem Check. Ach, du heilige Scheiße. Jetzt kommen wir mal alle runter, Jungs. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir halt einfach eine Figur weniger, ne? Das Gute ist, wir haben Entwicklung. Das Gute ist, wir haben Entwicklung. Der Springer ist draußen. Genau, wir machen danach mal die Analyse. Ist, äh... Boah, ich glaub, das war mega greedy, actually. Jetzt fragt man sich... Das war mega greedy, kann das sein? Oder ist das eine Schwäche? Warte mal, wir nehmen jetzt hier raus. Er nimmt hier. Wir gehen hier. Drohnen matt in 1. Das heißt, er muss... Er muss hier hingehen. Kann er aber gar nicht. Hä, warte mal, haben wir gewonnen? Jetzt mal Realtalk. Take? Take. Dame hier. Drohnen matt in 1. Wie will er das verhindern, Chad? Wie will er das matt verhindern? Auf... Auf F2. Bin ich grad lost? Also er kann natürlich noch hier einen Schach geben. Dann gehen wir einfach hoch. Er nimmt hier. Er kann halt den Turm nicht nehmen wegen matt. Also take. Take. Wir gehen hier. Er geht Schach. Wir gehen hier. Er geht Schach. Wir gehen hier. Er kann natürlich einen Draw forcen, ne? Ich glaub, er kann einen Draw forcen. Aber das muss man auch erstmal sehen. Ich glaub, das ist das Beste, was wir haben hier. Ich glaub, das ist das Beste, was wir haben. Genau, er hat viele Schachs. Hat jemand von euch zufällig einen Berner Sennenhund? Huch. Äh. Zufälligerweise nicht, ne. Ich hab einen anderen Hund. Ich weiß aber gar nicht, welche Rasse. Ich hab den schon 14 Jahre. Keine Ahnung, welche Rasse. Lol. Der fühlt sich auch ungerecht behandelt. Was willst du machen? Auf jeden Fall ist ein kleiner. Na ja. Das wird hier. Oh, wait. Bishop E7. Bishop E7 mit der Idee F8. Jungs, Bishop F7? Dann muss er fast schon den hier spielen, ne? Weil dann bei F8 kann er den spielen. Boah, den nehmen wir einfach mit Schach. Oh, wow. Ich glaub, das funktioniert. Das könnte echt funktionieren, ne? Der hat keine Entwicklung, Jungs. Goldene Regeln nicht beachtet. Wichtig. Ich glaub, er hat einfach die goldenen Regeln nicht beachtet. Genau. Das haben wir ja gesehen. Und jetzt den hier, Schach. Wenn er den spielt, haben wir hier Schach. Hä? Und das hier, das droht ja auch matt. Alter, warte mal. Wir flexen den weg. Der wird weggeflext. Oh mein Gott. Clean, oder? Warte mal. Wait, 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 wait. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben den und wir haben den. Das sind zwei Schachs, die wichtig sind. Actually. Problem ist, er hat immer dieses Feld zum Wegrennen hier, ne? Die beiden hier. Und dann weiß ich nicht genau, was wir machen, weil der Bishop hier ist gepinnt. Okay, wir gehen hier Schach. Er geht zum Beispiel hier. Wir gehen Schach, er geht hier. Das ist so das Problem. Ich mein, dann hängt der hier. Und dann stehen wir vielleicht sogar besser. Okay. Dann stehen wir vielleicht sogar besser. Schach, er geht hier. Schach, er geht hier. Und dann Schach, er geht halt immer hier hin. Er hat immer diese zwei Felder hier, ne? Schach, er geht hier. Schach, er geht hier. Und dann nehmen wir einfach den Bishop, ne? So läuft doch hier der Hase. Schach. Er geht hier. Ja. Und dann Schach, er geht hier. Und dann Schach. Er geht hier und dann gehen wir hier. Was anderes haben wir hier nicht. Er kommt halt immer weg, ne? Das ist ein bisschen... Ja, das haben wir nicht. Ist, glaube ich, egal, was wir hier machen, ne? Wir haben keine Zeit, er noch. Wir haben keine Zeit. Oder was ist denn Schach? Er geht hier und dann Schach? Er geht hier? Ne, 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 ne. Das ist Quatsch. Das ist actually Quatsch. Okay, Schach. Machen wir den, komm. Wir machen den. Schach, Schach. Er geht hier, dann nehmen wir den raus. Dann ist der gepinnt. Dann ist der hier gepinnt. Wir stehen einfach besser. Wir drohen auch den hier. Alles gerechnet, meine Freunde. Gerechnet können wir ja auch. Im Endeffekt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Äh, Marvin TV. Grüß dich, Marvin TV. Ey, Jungs, ich hab ja... Ich war ja drei Tage weg, ne? Ich hab in den drei Tagen Fernsehen geguckt. ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Und ich hab mir da auf Vox... Da haben wir First Dates geguckt. Digga, ich feier das irgendwie, ne? Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Digga. Ich hab mir gedacht, äh, hier, Fernsehen ist kompletter Trash. Aber Fernsehen ist ja voll... Das war eigentlich ganz nice. Ich sag's euch, wie es ist. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Ich sag's euch, wie es ist. Okay, der war gepinnt. Haben wir gesagt. 1691er. Denkt, er kann mich hier discovern. Na klar. So weit kommt's noch. Ja, haben wir. Hä, das... Hä? Ja klar, wir. Ja, ich hab doch gesagt, ich war... Ich war... Ich war auf ein Date. Shit. Ein Date ist zu zweit. Jungs und Mädels. Ihr habt das zuerst gehört. Ein Date ist immer zu zweit. Und ich meine nicht das Date mit eurer rechten Hand. Wir gehen hier rein. Schach. Och, Bruder. Es war schön mit dir. Es war schön. Oh, GG. Oh, das war schön. Figur weniger, no problemo. Cleaner als Cleans, Mann. Ihr sagt es. Er hat nicht überlegt, Jungs. Acht Minuten noch auf der Uhr. Analysebrett. Wir gehen mal kurz rein. Wir wollen hier auch ein bisschen Theorie mitnehmen. Okay, hier sind wir... Ja gut, wir sind im 30. Bis zum 30. Sind wir ja in Theorie. Um's der fort. Oh. Ah lol. Direkt Dame H4. Herbert, Direkt Dame H4 geht rein. Das war nicht besonders schlau. Und dann nimmt man rein, oder was? Warte mal, Dame H4. Er macht den. Und dann nimmt man hier gegen. Loll. Ach, du heilige Scheiße. Okay, merken wir uns. Meisterfuchs. Der haut hier einfach mal 100 Bits raus. Na klar. Danke dir. Meister Fuchs. Grüß dich. Herzlichen Dank, mein Bester. Und willkommen. So, hier wollte man gucken. Da. Ah. Ja. Oh, konnte man beides spielen? Das hatten wir ja auch auf der Kandidatenzugliste. Ne? Aber, ach so. Dann wäre ja gar kein Matt. D8. Okay. Okay, das merken wir uns. Wir spielen dann einfach direkt Dame H4. Wieder was gelernt, Jungs. Im Stairford lernt man nie aus. 10 plus 5. Wir sind drin. Hatte deine rechte Hand drei Tage Urlaub? Bäh. Was? Die hat nie Urlaub. Okay, warte mal. Was machen wir denn hier? Ein waschechter Fragezeichenspieler. MKHS Chess. MKHS Chess. Club is for students who are attending Mark Keppel High School. The purpose of MKHS Chess Club is to educate members about chess. Oh, das ist ein Student. Das ist ein Student. Das ist ein Student. Haben wir verloren. Der studiert. Wir haben verloren. Mark Keppel High School. Keine Ahnung, Alter. Mark Keppel High School. Aber High School ist doch, äh... Was heißt denn in Amerika High School? Das ist doch die weiterführende Schule, oder? Da studiert man. Also wie Uni. Oh, äh, Four Nights Game. Vielleicht geht er ins Halloween rein. Der alte Mark Keppler hier. Okay. 1.500 gefährliche Zahl auf jeden Fall. Four Nights Scotch. Bin ich kein Fan. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Nehmen wir aber gegen. So, jetzt Mainline der hier. Und jetzt habe ich einen Zug, Chad. Den habe ich sogar von Sonja. Von Sonja Maria Blum, die Allerechte. Die spielt hier immer B4. Und dann rausnehmen. 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 Irgendwie so. Oh Gott, die wird jetzt mega... Die wird jetzt mega sauer sein, wenn ich das hier falsch spiele. Okay, wir machen... Warte mal. Den zuerst, hat sie gesagt, oder? Den zuerst, meinte sie. Safe. Und dann hier, hier irgendwie. Irgendwie so. Uni ist gleich College. Highschool ist wie Gymnasium oder Oberschule. Alarm! Highschool ist wie Realschule, aber vom Niveau her vergleichbar mit bayerischem Grundschulniveau oder Brandenburg. Äh, Chad? Äh, auf TikTok, ne? Omega Lull TikTok. Auf TikTok sagen alle, dass Amerikaner ein bisschen... Also, dass sie nicht so schlau sind. Ist das richtig? Also, ich kenn keinen Amerikaner. Deswegen frage ich für einen Freund. Ist das richtig? Letzt sollten wir auswandern, dann sind wir da richtig schlau unterwegs. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht in unserer Laufbahn. Okay, was, wenn wir hier rausnehmen, actually? Er geht hier, wir gehen hier Schach. Er geht hier. Wir geben hier Schach und gewinnen den Turm. Ey, wollen wir was machen? Gegen den Studenten? Chat? Oh, lass mal machen. Komm. Komm, gegen den Studenten. Oh ja, lass das einfach mal bringen. Ich hab irgendwie Bock. Oh, now my, my, äh, my, äh, my Springer. Der denkt, der ist hier freie Figur. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Kugel-Booch is one of the world's bester Schachs-Players. Äh, noch. Okay. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. America first sag ich da immer. Kappa. Die Er geht hier, wir gehen den. Er geht den, wir nehmen raus. Das ist der ganze Plan. Oh, Jungs, es funktioniert? Wait. Das hab ich gar nicht gerechnet, dass es funktioniert. Ich dachte, er macht jetzt irgendeinen Quatsch. Oh Gott, das funktioniert halt echt nicht. Ah doch, es fun- Oder, warte mal. Nee, das funktioniert halt echt nicht. Okay, warte mal. Der ist in der Highschool. Der ist maximal zwölf Jahre alt. Wie schwer kann's sein? Ja, das war nicht besonders schlau. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, wir nehmen raus, oder? Aber ist gar nicht so schlecht, ne? Also jetzt Take. Take. Und dann Carson. Der König ist offener als Polen, wa? Komm, wir nehmen rein. Oh, lol. Der hängt, wenn er Mitspringer nicht nimmt. 800 Elo-Chat. Keck, weh. Der 800 Elo-Chat ist da, na klar. Der fühlt sich wohl hier. So, jetzt E8. Und dann ist der hier erstmal gepinnt, ne? Sehen wir. Der will casteln. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, wir geben den mal ab, hier. Wir geben den mal ab. Du bringst mich immer zum Laden mit so Sprüchen, ey. Oder halt D5. D5 nimmt ein bisschen mehr Raum ein, oder? Aber der Bauer wird dann erstmal angegriffen. Und D6 ist halt noch ein bisschen verteidigt. Ist vielleicht ein bisschen solider. Und solide spielen können wir, ja. Solide spielen können wir, ja. Boah, der sieht actually clean aus. Weil der jetzt hängt, ne? Und wenn er den wegbewegt, dann hängt der Turm. Das heißt, wir haben hier reingeskiert. Ah, schlau. Ey, der studiert wirklich. Das ist nicht nur so ein, so ein, äh, so ein Antäuscher. Der studiert wirklich. Mark Kepler High School. MKHS. Da werden die Großen geboren. Hier gehen ich hierher? Okay, wir dubbeln einfach, ne? Wir dubbeln einfach. Wir haben Zeit. Zeit der Welt. Geacht. Kann er nicht. Die Dame hat seinen König angegriffen. Eigene Dame konnte nicht weg. Genau. Ey, das hab ich nicht erklärt, ne? Ich zeig euch nochmal die Stellung hier, Jungs. Äh, hier. Das Ding ist, wir konnten halt den Turm nicht nehmen, weil die Dame unsere Dame gepinnt hat, ne? Also, wir haben uns quasi gegenseitig gefesselt. Und deswegen konnten wir unsere Dame nicht bewegen, ne? Ganz einfaches Muster hier. Deswegen mussten wir hier rausnehmen oder halt sowas wie D5 spielen oder so. Aber D5 hängt halt den Bauern. Deswegen einfach rausnehmen. Sonst verlieren wir hier einfach was, ne? Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Er greift hier mal ganz frech unseren Turm an. Hätten wir vielleicht sogar mit rechnen sollen. Uh, hä? Wait. Schach? Oh, Schach und dann, äh, Turm E8, oder? Also, genau, er macht jetzt D. Turm E8, wenn er rausnehmen, nehmen wir gegen. Schach, er geht hier. Wait. Schachmatt? Loll. Loll. Alarm. XD. Alarm. Shit, wir sind da. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Ist ja Schachmatt. Oh, minus 120 Punkte. Junge, Junge, Junge. Der, der wollte hier flexen, wa? Der wollte der Inge ein bisschen imponieren hier auf der MKHS-Schule. Und wollte hier mal, äh, mit Schach flexen. Äh, hier, ne? Inge, ich spiel Schach. Ich hab hier 1500 Elo. Tja, der Zug ist abgefahren, Junge. Ja, such dir neues Hobby, Fortnite. Neuer Gegner, wir sind drin. Plus zwei. Imagine. Luca. Nehmen wir, komm, E4. Lass mal Scotch Gambit spielen, hab ich lange nicht gespielt. Ich nehm mal zurück. Immer wenn der Gegner einen Zug spielt, den er nicht wollt, einfach, höh, das funktioniert, lol. Hä? Der trollt? Hä? Ich will, dass, ich will, dass er E5 spielt. Okay, will er nicht. Dann spielen wir das Smith-Morra-Gammit, komm. Okay. So kann man auch Schach spielen. So geht's auch. So, Smith-Morra-Gammit, man gibt die zwei Bauern ab, ne? Beziehungsweise ein Bauern. Man hat aber natürlich, äh, Aktivität, ne? Das ist eine Schwäche. Man hat Aktivität. Und, äh, viele Tricks und, äh, Fallen. Die muss man natürlich alle kennen. Leu, geht das überhaupt? Kann man den direkt spielen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich geht das irgendwie. Aber sieht das irgendwie nicht krass aus? Warte mal. Das sieht irgendwie falsch aus. Das droht ja schon matt, ne? Aber er geht einfach hier hin. Lass erstmal unsere Figuren entwickeln. Markus, SR80. Moin. Jetzt fragt man sich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Wir spielen hier gerade das Morra-Gammit, ne? Du kennst es. Du liebst es. Hm. Okay, das Ding ist, wenn er F6 spielt, dann spielen wir direkt den hier, ne? Oder wollen wir das vorher spielen? Prophylaktisch sein. Ne, ist Quatsch. Wir kassen rein. Und dann den hier. Den hier und dann tauschen wir hier ab. Kannst du mal wieder Papatikolat spielen? Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Eisgekühlter. Eisgekühlter. Äh, Lunder. Äh, Papatikolat-Gammit können wir auch nochmal spielen. Problem ist natürlich, wir müssen, äh, also der Gegner muss Französisch spielen, ne? Sonst funktioniert das ja nicht. Und in letzter Zeit spielt keiner mehr Französisch. Ich weiß gar nicht, warum. Früher haben wir öfter gegen Französisch gespielt. Jetzt gar nicht mehr gefühlt. Okay, haben wir gesagt, ne? Sprenger F6. Da gehen wir mit E5 hier um die Ecke. Greifen direkt mal den Springer an. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? What the Fudge? Was heißt denn Fudge nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Ihr seht's, ne? Ich hab Bock. Boah, Jungs, das hatten wir schon mal. Also das Ding ist, wir können jetzt hier reinnehmen eigentlich, ne? Wir können jetzt hier taken, er takt hier, wir gehen hier Schach, er geht weg und der Springer hängt im Endeffekt, ne? Das könnte man schon bringen. Das ist so eine Taktik, die spielt man öfter mal auch im Scotch, ne? Deswegen seh ich die. Take, take, Schach. Er muss weg und dann hängt halt der hier. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, zu bauen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Da sind wir doch drin, oder? Dann einfach hier Schach und dann hängt der hier. Danke euch für die ganzen Infos, klar. F1 Danny. Wann hatte Jan Kugel imitiert? Gibt's da einen Clip zu? Ey Danny, mach mal Ausrufzeichen Discord und dann kommst du auf den Discord bei mir und dann unter dem Text-Channel Clips, Twitch Clips. Da müsste es drin sein. Es ist mega lustig gewesen. Ich hab das hart gefeiert. Ich hab ja dann... Oh, lol. Okay. Okay, also er hat... Er hat's quasi gesehen. Aber können wir jetzt den und den spielen? Oder ist das zu viel des Guten? Dann haben wir hier schon Matten 2, ne? Boah, Jungs, cleane Berechnung eigentlich. Actually gar nicht so bad, ne? Ah, das Problem ist, der hängt. Das heißt, wir müssen sowas wie Tome 1 spielen, ne? Sieht mir aber ein bisschen langsamer aus, irgendwie. Oh, Leute, der hängt aber so oder so, seh ich gerade. Also auch wenn wir Tome 1 spielen, hängt der. Wegen Take, 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 take. Also der hat ja noch den hier, ne? Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach zurück. Wir gehen einfach zurück auf B3. Er nimmt hier gegen, wir nehmen einen mal raus. Dann haben wir ja immer den hier, ne? Mit Schach. Und vielleicht gewinnen wir ja hier irgendwas. Aber... Okay, machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem. Ja, das war nicht besonders schlauer. Ich glaub, das war gut. Weil die F-Linie ist jetzt offen, ne? Vielleicht sogar er nimmt raus, wir nehmen raus, er nimmt raus und dann sowas wie F4. Sieht irgendwie auch clean aus. Jetzt F4 gleich? Dann rennen wir einfach hier durch. Dann rennen wir einfach hier durch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir verhindern natürlich damit immer dieses Schach, ne? Egal. Flying. Kugelbutch. Kugelbutch. Guck mal, er spricht es richtig aus. Flying Boat. Wir fliegen. Das fliegende Boot. Ich grüße dich erst mal. Und danke dir. Herz geht raus. Danke dir für deinen Prime. Im zweiten Monat schon. Und fühl dich gedrückt, wa? Oh, wir drohen hier sogar ein Schach. Wir drohen sogar ein Schach. Schach in eins. Kugelbutch ist immer seine ganzen Sprüche, ja? Ich wollte gerade was sagen, aber den bringe ich jetzt mal lieber nicht. Ey, also, für mein Schachauge, und ich hab zwei davon, sieht das hier gewonnen aus, meine jungen Freunde. Aber ich weiß noch nicht ganz wie. Ich mein, den hier zu nehmen ist natürlich auch wild, oder? Dann haben wir hier mal einen... Ja, wir drohen einfach mal matt. Ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Achso, aber wenn wir matt drohen, kommt der? Und dann? Hm. Ich mein, Entwicklung ist ja auch irgendwo key. Boah, wir haben Kandidatenzüge ohne Ende. Wir haben sogar den hier einfach, ne? Einfach mal F5. Einfach mal F5? Das sieht irgendwie so leicht und so simpel aus. Wie meine Margarine zum Frühstück. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Komm, F5 von der Tag gehört dir. Scheiß drauf, Digga. Ey, Danny, das ist ja nicht nur ein Clip, ne? Er hat das ja nicht nur 30 Sekunden gemacht, er hat das ja irgendwie eine Stunde oder so gemacht. Du musst dir mal den ganzen Stream anschauen. Das ganze VOD von dem Stream. Der hat das ja eine Stunde durchgezogen. Das ist schon krass. Huch. Na, was ist denn jetzt los? Hä? Hä, warte mal, ich verstehe den Zug nicht. Lol. Ach, X. Oh Gott. Jungs, wisst ihr? Oh Gott, ist das cringe. Okay, wisst ihr, was er machen will, Chad? Wir nehmen hier raus, er nimmt gegen und der droht matt. Das ist sein Plan. Lol. Ist Quatsch. Ist kompletter Quatsch. Weil das Ding ist, wir haben immer den hier. Also wirklich immer, immer. Und wir haben halt auch immer dieses Schach hier. Ist doch Quatsch, was er da macht, oder? Ist doch kompletter Quatsch. In meinen Augen. Kompletter Quatsch. Weißt du noch, als du Eis zum Frühstück gegessen hast? Mit Milch, habe ich gefühlt. Ach so, ja, ich habe mir mal Milch in mein Eis gemacht. Das ist, äh. Ich habe ja immer so Überlebenstricks. Ich kann euch auch Konservendosen empfehlen, Jungs. Ist ohne Spaß. Einfach mal so, so, so Ravioli aus der Dose. Fühle ich auch, Digga. Fühle ich auch. So, nehmen wir den jetzt zuerst raus. Schach. Er muss ja quasi hier hingehen, ne? Sonst haben wir hier Abzüge. Und dann spielen wir einfach den. Jaja, die Stellung ist gewonnen, meine jungen Freunde. Machen wir uns nichts vor. Nehmen wir raus hier. Nehmen wir raus. Er nimmt hier. Also er geht hier. Und dann spielen wir einfach den hier. Greifen die Dame an. Wir dürfen jetzt natürlich nicht den hier nehmen, ne? Sonst ist es direkt mal Matten 1. Also mit der Dame natürlich. Deswegen, wir müssen jetzt den hier spielen. Wenn er den hier spielt, dann gehen wir einfach hier an und alles ist gut. Ne, wenn er den hier spielt, nehmen wir die Dame raus. Lol. Oder haben wir hier sogar was Besseres? Ne, der sieht schon gut aus. Der sieht schon gut aus. Dann einfach zurückgehen. Ravioli mit Vanilleeis? Ey Jungs, da bin ich raus. Ich sag's ja, wie's ist. Ravioli mit Vanilleeis? Da muss es einem schon sehr schlecht gehen, glaube ich, um das zu essen. Oh, wow. Ja, okay. Ganz ehrlich, im Endeffekt, ich tag hier, er tagt hier und wir spielen G3. Also ganz ehrlich. Oh, lol. Wir können auch den spielen. Er droht ja jetzt gar kein Schach. Also er droht kein Schachmatt mehr, oder? Ja, das wird trotzdem kritisch. Ne, ne, ne. Machen wir nicht. Ich hab gedacht, dann haben wir vielleicht hier irgendwie was. Aber machen wir nicht. Ich glaube, wir können jetzt einfach nehmen und dann G3. Und dann haben wir gewonnen, oder? Sieht schon ziemlich danach aus. Wir blocken einfach die Diagonale. Bei Meckes Pommes mit Eis. Sankt me later. Hab ich auch noch nicht ausprobiert. Aber wisst ihr, also ich hab eine Sache ausprobiert. Und das ist Wasabi mit Banane. Das war geil. Einfach Sushi bestellen mit Wasabi. Aber die Wasabi nur essen mit der Banane. Das ist mega nice. So, G3, ne? G3 bei der Call. Problem ist halt, G3... Alarm! Ne, kann er gar nicht. Alarm! Warum Alarm? Ich versteh's nicht. G3? Ah, G3, er nimmt raus. Au! Au, 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 au. Jungs, der Bauer ist gepinnt. Oh, wir brauchen eine andere Idee. Omega Lull. Wir brauchen eine andere Idee. Wait. Das Problem ist, ich hab keine andere Idee. Das war schon meine Idee. Mit der ich glücklich war. Oh, no, oder? Warte mal. Martin 1. Können wir das noch verhindern? Wir müssen ja dieses, äh, quasi dieses Feld treffen, ne? H3. Äh, H2. H3? Warte mal. H3? Achso, dann hängt... Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind so im Arsch. Oh mein Gott, sind wir im Arsch. H3, dann nimmt er D... Ach nee, die Dame ist gar nicht auf G2. Achso, dann könnte es funktionieren, ne? H3? Züge erst nach seinem Zug schreiben. Wichtig. Wichtig, Jungs. Kein Wechselgern. No BSG. Nichts zu verwechseln mit PSG. Einen schönen guten Abend, Erdek. Grüß dich. Boah, jetzt öffnet er hier noch alles. Jetzt öffnet er noch. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das... Boah, Jungs, wir stehen doch hier klar besser. Also unser Turm ist jetzt angegriffen, ne? Der hat hier die Diagonale geblockt, der kleine Knilch. Huch, was denn jetzt? Kleiner Knilch. Kleiner Knilch. Danke dir, Lannister. Schön, dass du dabei bist hier. Und welcome, welcome in the jungle. Das heißt, wir spielen das Turm... Dame F1, ne? Ne, Dame hierhin. Ist actually cleaner. Weil wir wollen ja unseren Turm hier noch anholen, ne? Danke dir, Lannister. Grüß dich. Der einen Euro, da holen wir uns ne... Was holen wir uns denn mit dem Euro? Was gibt's Gutes für ein Euro? Einmal eins bei Mac is, wa? Einmal eins, ein Hamburger, ein Cheeseburger, ein Chickenburger, ein McSunday, eine Apfeltasche. Ich kenn mich aus, ich bin ja im Buche. McDonalds bin ich drin, Kappa. Ich war schon seit 30 Jahren nicht mehr bei McDonalds, lol. Diagonale blocken auch bekannt als öffnen. Hä? Hab ich nicht verstanden. Zwei 50-Cent-Münzen, zwei Bier. Ich bin ja auch nicht so der Biertrinker, wa? Chat. Ich weiß nicht. Okay, was... Der ist los, der Typ, ne? Äh, Stefan, 89er. Abonniert hier einfach mal zwei Monate rein. Äh, Stefan, 1989. Grüß dich. Mauerfall, 1989, Jungs. I've been looking for freedom. Sollte man wissen. Stefan ist da geboren, sollte man auch wissen. Stefan, äh, schön, dass du mich supportest. Dass du uns supportest, die Community. Und, äh, danke dir. So, alle Keens Gun. Wichtig. Wir sind hier drin, ne? Platter Dreier auf der, auf der F-Linie. Und jetzt schauen wir mal. Wir können natürlich einfach den hier spielen und drohen einfach mal hier. Schach. Schach in eins. Boah, wir haben hier, wir haben hier irgendwas, ne? Mach mal den. Greif den Damen an und hab den hier. Harwin! Ich fühl's. Ich fühl's. Ich fühl's auch. Grüß dich, danke dir. Harwin. Nicht zu verwechseln mit Marvin, ne? Ganz wichtig. Da reagiert er allergisch drauf, der kleine Knilch. So, Schach haben wir. Schach? Warte mal, wie zerstören wir den jungen Mann hier? Wie zerstören wir den jungen Mann hier? Achso, einfach Schach, oder? Und dann ist doch schon der Drops gelutscht. Ah, nee, Quatsch. Schach? Take? Schach? Er kann immer mit der Dame nehmen. Okay, Jungs, was ist unser Plan? Schach? Er muss hier hingehen. Als ob wir hier nichts haben. Das kann doch wieder nicht sein. Nehmen wir jetzt hier gleich einfach raus, ne? Ganz ehrlich, ich nehm hier raus. Wir nehmen hier. Er nimmt hier. Und dann gehen wir einfach hier und drohen einfach hier Schachmatt. Jetzt mal Real Talk. Problem ist, wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Alarm! Alarm! Ha. Oder wir gehen hier und drohen... Ah, nee, es geht auch nicht. Oh Gott, wir haben keine Drohungen. Chat, sagst du euch, wie ist das? Die Drohungen sind aus. Oder wir gehen hier und blocken erstmal dieses Feld, aber das bringt auch irgendwie gar nichts, ne? Ich fühle irgendwie den hier. Ich sagst du euch, wie ist das? Ich fühle irgendwie den. Oder wir gehen Turm D1 und gehen hier schaden. Schach. Also rein mathematisch kann es hier gar nicht sein, dass wir hier nichts haben. Das geht gar nicht. Das heißt, irgendwas gibt es hier. Schach, er geht hier. Aber danach haben wir halt nichts. Vielleicht take, take. Okay, wir gehen hier, er geht hier. Wir gehen hier, er geht hier. Wir gehen Schach. Er kann nicht hier hingehen. Er muss quasi wieder zurück hier hingehen. Nee, Schach matt? Lol, wait. Hä? Warte mal, ich hab Schach matt gerechnet. Wir gehen hier, er geht hier, wir gehen hier, er geht hier. Wir gehen Schach matt. Chat, ich glaub, ich hab hier einen Schach matt in 5. Machen wir. Blitzen wir. Ha, lol. Okay. Wow. Kugel blitzt. Alles Quatsch. Alles kalkuliert. Kann er nicht spielen. Das ist ein Quatschzug. Die berechnen ich schon gar nicht mehr. Die Züge berechnen ich schon gar nicht mehr. Und da blitzen wir natürlich den Counterattack und der gibt da auf, der Luca. Der kleine Luca, na klar. Okay. Matt in 5 verhindert. Der kleine Luca. Er versucht den Megatricks. Na klar. Warten mal, Jungs. Hey, Chat. Kleine Umfrage. Du bringst mich hier mal zum Laden mit so Sprüchen. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, das hätte funktioniert. Ich zeig's euch nochmal kurz. Macht mal eins in den Chat, wenn ihr denkt, hier matt in 5 hätte funktioniert. Chat. Also, ich zeig euch mal die Line. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Matt. Okay. Also, er kann natürlich noch hier hingehen oder hier hingehen oder hier hingehen. Aber wer alles matt. 1, 1, 1. Okay, ein paar Zweier sind auch drin. Ein paar Zweier haben wir auch drin. Wir gehen mal durch mit der Engine. Chat. Wir gehen mal mit der Engine rein hier. Loil, das hab ich doch auch irgendwie gesagt irgendwann, oder? Matt in 8. Matt in 7. Matt in 7. Ich glaub, das könnte unsere Line sein, Chat. Matt in 7 haben wir hier. Matt in 6. Und jetzt sind wir drin, oder? Take. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Turm D1. Turm D1. Matt in 5. Huch. Was reimt sich auf Fister? Was reimt sich auf Fister? Ich hab keine Ahnung. Bishop. Aber danke dir, Lennister. Ich hab keine Ahnung. Ist du meins? Er geht hier. Der Chat. Das hätt funktioniert, ne? Das hätt wirklich funktioniert. Unsere Stellung war einfach so krass. Das hätt funktioniert. Also jeder, der 2 reingeschrieben hat. Nochmal Nachrichten in den ganzen Aal, wa? Nochmal Nachrichten. My name is Luca. I live on the second floor. I lose the Kugelbuch. Yes, I think you have mated me before. Huch. What? Ich melde gerne mal. Ich melde gerne mal. Ich würd sagen, wir gehen ins nächste rein. Kennen wir gar nix. Ja, okay. Matt in 5 hätte nicht geklappt. Da geb ich euch recht. Aber das wär auch matt. Und darauf kommt's an. Jungs, wir spielen... Nehmen wir ihn zurück. Okay, will er nicht. Okay, dann gehen wir rein in die Purge-Defense. Gehen wir rein. Ich mag die Stellung jetzt schon nicht. Jede Stellung, die G6 oder B6 beinhaltet, mag ich nicht. Verliere ich immer. So, wir defen jetzt den Bauern. Wir defen jetzt den Bauern wichtig. Und wir spielen C3, damit wir in diese Geschichte nicht reinlaufen. Da bin ich auch schon tausendmal reingelaufen. Deswegen... Dann hängt aber der hier. Boah, diese Stellung, ne? Diese Stellungstypen mag ich gar nicht. Und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht den hier spielt. Okay, wie macht man das? Ich hab doch schon wieder jetzt was verloren, oder? Ein Bauer ist doch schon weg. Gleich ist ein Bauer weg. Ich seh's schon kommen. Okay, ich spiel jetzt einfach C3, oder? Ne, komm, ich spiel ein H3 zuerst. Ich spiel ein H3 zuerst. Damit er hier nicht mit dem Bischof um die Ecke kommt. Welches Baujahr ist dein Casio? Scheint ein goldenes Baujahr zu sein. Äh, also ich hab den schon lange. Da fragt man sich natürlich, ist es ein Weakness oder ist es eine Schwäche? Den hab ich seit... Seit wann... Warte mal. In welcher Klasse hat man einen Taschenrechner benutzt? Oder durfte man? Chat? In der Grundschule darf man das ja nicht, ne? War ja verboten. Der böse Casio. Oh, 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 oh. Haben sie alle gesagt. Der böse Casio. Das verdirbt uns die Jugend. Und Battle Rap, also Deutschrap und Casios, haben sie gesagt. War alles verboten bei uns in der Schule. War alles verboten. Komm, C4 und der Tag gehört ihr. Wir nehmen Raum ein. Sieben? Siebte Klasse? Und Killerspiele, genau. Killerspiele, imagine. Schach ist ja auch ein Killerspiel, wa? Da tötet man Pferde. Mit Bauern. Mit Gabeln. Ach du Scheiße. Imagine, du tötest ein Pferd mit einer Gabel. Ach du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Wer das macht, ist aber, äh... Der ist ganz schnell unten durch bei mir. Ich sag's dir, wie es ist. Tiere haben bei mir einen hohen Stellenwert. Das mein ich grad ernst. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Was sagst du zu Leuten, die sie... Was sagst du zu Leuten, die siebente sagen? Siebente? Also ich kenn dieses Wort nicht mal, Bruder. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Siebente, kenn ich nicht. Okay, wir gehen hier. Warte, er macht einen auf Magnus, oder? Er blendert rein. No Front an der Stelle, Magnus. No Front. Äh. Nehmen wir gegen, oder? Und dann? Ich versteh nicht ganz, was er hat. Er hat nur einen Springer hier stehen, hä? Egal. Zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Unterwäsche. Das ist einfach König G2. Da gehen wir hinein, oder? Oder König H2, damit wir noch G1 haben. Sieht auch gut aus. Problem ist, wir gehen hier, er geht hier, wir tecken raus. Ne, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Er kann nicht noch eine Figur opfern. Das geht nicht. Hinten und vorne nicht. Siebente. Ich hab keine Ahnung, was Siebente heißt, Chad. Er stellt den Turm auf die Siebente-Reihe? Was? Das sagt doch kein normaler Mensch. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das hab ich noch nie gehört. Der junge Magnus Carlsen schlägt zu, ja. Aber der junge Magnus Carlsen ist, glaub ich, besser. Als der hier. No Front. Okay, G1. Ich versteh gar nicht, was er grad spielt. Er spielt ganz, ganz komisches Schach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Da musst du nochmal drüber gucken, mein junger Mann. So, wir machen den und tauschen ab. Und dann geht's aber los hier. Wir haben einen Haarbauern. Geh mal rein. Schach ist ein... Schach ist ein Erotik-Spiel. Es gibt wilde Stellungen. Damen werden gefesselt. Hä, immer am Kiffen. Sag mal. Was ist denn jetzt los? Ist schon wieder nach 0 Uhr, oder was? Sportclips fangen an. Kappa. Ab wie vielen Jahren durftet ihr das Tafelwerk verwenden? Das Tafelwerk, äh... Weiß gar nicht. Ich glaub siebte. Ich glaub siebte Klasse, Clarissa. In der siebten. Aber Tafelwerk, ey. Beste Erfindung. Da könnte man direkt seine Specker reinschreiben. Kappa. Oh Mann, ey. Hier erfahrt er alles. Alarm! Alarm! Genau, siebte Reihe. Siebte Reihe. Okay, sollten wir darauf reagieren? Oder machen wir die Stellung zu? Machen wir die Schotten dicht? Machen wir dicht, oder? Machen wir dicht. Komm. Den... Den Königsflügel lassen wir mal so, wie er ist. Bleibt alles so, wie es ist. Und jetzt tauschen wir ab. Den nehmen wir... Mit welchem Bauern nehmen wir, ist die Frage. Das Ding ist, ich würd's sogar mit dem Bauern nehmen, weil den Bauern brauchen wir vielleicht noch, um den Springer hier irgendwie loszuwerden. Wow! Kugel butch! Ha. Schwierig, ne? Mit welchem man da nimmt? Früher gespickt, heute Pokémon Go mit den Lehrern. Ey, Jogi, ich hab meine Mathelehrerin zufällig beim Pokémon Go-Treffen getroffen. Beim Pokémon Go-Treffen getroffen? Hä? Nein! Also beim Pokémon Go-Spielen getroffen. So. Als ob ich mich mit meiner Mathelehrerin treffe, um Pokémon Go zu spielen, Digga. Oh mein Gott, imagine, man macht sowas. Also wer das macht, der trägt auch die Taschen vom Deutschlehrer. Und da bin ich natürlich direkt raus. Da muss ich Freundschaft direkt beenden. Deswegen hab ich auch keine Freunde, lol. Weil das irgendwie so gefühlt jeder gemacht hat. Okay. Den nehmen wir raus. Okay. Den nehmen wir raus, komm. Hat so der Geiz. Genau, ich hab sie zufällig getroffen. Ganz, ganz zufällig, gell? War alles einvernehmlich. Ich hab hier meinen Dragoran gezeigt. Direkt mal, äh, Mathe, eine Eins abgestaubt. So ein Ding. Oh, das war bad, ne? Wait, das war actually nicht so clean. Aber wir haben eine Figur mehr. Ist doch alles entspannt. Entspannen wir uns doch mal. Aber, okay, wir gehen hier, greifen den an, defen den, aber der hängt, ne? Wir gehen hier, er geht hier rein. Oh, mein Gott, wir haben ja das Premium-Feld des, äh, das Premium-Feldes. Guck mal, hier. Der hier, der hier. Wir gehen hier. Und dann gehen wir mal für Aktivität. Chat, was halten wir denn davon? Aktivität ist ja irgendwo key. Wir opfern jetzt einen Bauern und gehen für Aktivität. Boah, ja. Boah, das fühl ich gerade. Aktivitätszüge, da geht mir immer einer flitzen. Ah, fuck, der Bauer hängt an. Okay, er geht hier. Wir gehen hier, er taggt hier. Und dann ist unser Spray ja gar nicht mehr so gut, ne? Und der hängt ja dann auch. Oh, mein Gott. Ey, zum Glück ist der so lost, ne? Real Talk. Also zum Glück ist der wirklich lost. Ich hab keine Ahnung, warum man Turm C8 spielt. Turm C8 macht so gefühlt irgendwie gar keinen Sinn. Hallo, wegen der Gabel. Hab ich natürlich gesehen. Hab ich natürlich gesehen, alles klar. Turm A, E1. Wir wollen ja hier die Notations auch richtig haben. Huch. Äh, Yannick. Du hast schon seit zwei Monaten abonniert, steht bei mir. Junge, Junge, Yannick. Grüß dich. Und, äh, ein dreifaches Sportfreiber. Welcome. This is the jungle. Und, ein herzliches, äh, äh, salut. Ça va? Muy bien. Danke dir. Okay, wir gehen hier. Dame hängt. Dame geht zum Beispiel hier hin. Dann kommt der hier? Boah. Wait. Okay, wir gehen hier. Er geht hier, wir gehen hier. Das sieht actually clean aus, oder? Ja. Alarm. Wir gehen hier? Alarm. Er geht hier. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness, oder ist das eine Schwäche? Boah, das sieht clean aus, aber irgendwie sieht es auch komisch aus, ne? Weil unser Springer hier ein bisschen lost aussieht. Das sieht ein bisschen lost aus, ne? Aber, ich meine, warum nicht? Lost sein können wir. Den kann er nicht nehmen, wegen Take, ne? The Jay Pizzle. Danke dir für den Follow. Grüß dich. Ey, hört man die Musik überhaupt? Die hört man gar nicht, ne? Doch, ein bisschen hört man sie. E5 Schach. E5. Oh ja, E5. Hat er gesehen. Klar hat er es gesehen. Der sieht alles, der junge Mann. Aber E5 Schach ist doch jetzt erstmal gar nicht so schlimm, oder? Oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs? H1. Wir gehen hier. Er geht hier. Sieht clean aus. Pansolo. Wir gehen hier, er geht hier. Na klar. Ey, danke dir für den Sub, Bruder. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du bist doch ein Gründer, ne? Du bist einer der Ersten. Pansolo, ey. Schau mal, Junge, die guten alten Zeiten, wa? Die guten alten. Okay. Pansolo, ich, äh, ich mach dich stolz. Wir nehmen gegen. Wir nehmen gegen und dann hängt die Dame erstmal, ne? Dann muss er ja darauf erstmal reagieren. Würde ich jetzt mal schätzen. Achso, unser Springer hängt nicht. Okay, wir öffnen die E-Linie, Jungs. Die Kammer des Schreckens wird geöffnet hier. Wir greifen den Kollegen an. Prost. Ah, ja. Das kann man natürlich spielen. Wenn man ganz verloren ist. Problem ist, oh, er greift. Ah, er will jetzt den hier spielen. Wir müssen weg und dann hängt der hier, ne? Ich glaub, das ist so seine Idee. Deswegen gehen wir einfach mal hier hin. Er kann nicht den hier spielen, nehmen wir raus. Wir gehen hier hin. Wenn er den hier spielt, gehen wir einfach zurück. Ja, das sieht actually clean aus. Wenn er den hier spielt. Oh. Oh, Jungs, das ist jetzt hier kritisch. Wirklich kritisch. Das Ding ist, wenn wir den hier spielen, ne? Weil wir müssen ja auf der Diagonalen bleiben, ne? Sonst hängt ja der Springer. Das heißt, wir müssen hier hingehen. Er spielt den. Und ich will ja den hier verteidigen, ne? Das ist so der ganze Clou. Wir gehen hier. Er spielt den. Wir spielen hier. Er spielt den. Und dann kann er halt immer F6 spielen und gewinnt hier die Figur. Äh, F5, sorry. F5 und gewinnt die Figur. Was ist schlimmer? Wenn die Dame hängt oder wenn bei der Dame was hängt? Ah, ne, Quatsch. Dann haben wir C3. C3 Schach. Ja, genau. C3 Schach und dann hängt der hier mit der Gabel. Oh, Junge. Guckt irgendein Großmeister zu und kann mir das confirm. Guckt ein Großmeister zu und kann mir das confirm, Jungs. Dass hier alles Forst ist. Kann mir das einer confirm? Fuck, jetzt hat einer gespendet. Ich hab's gar nicht gesehen. Scheiße. Wie auch immer das war, danke dir. Ich kann's nicht mehr sehen. Shit. Stimmt so. Ich bestätige. Alles forciert. Ich confirme. Confirmed. Okay, ist confirmed. Okay. Okay, mit welchem Pfeil haben wir angefangen? Mit dem hier, ne? Mit dem haben wir angefangen? Okay, Jungs. Es geht alles auf euch. Es geht hier alles auf euch. Bester Spruch bei einer Doni? Scheiße, was hat er gesagt? Scheiße, ich hab's halt nicht gesehen, wa? Junge, 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 ey. Abgehoben. Äh. Ja, aber da wollte ich einfach rausnehmen. Ne. Hä, warte mal. Äh. So, wer von euch hat jetzt hier... Wer hat's confirmed nochmal von euch? Nehmen wir... Nehmen wir den jetzt raus? Aber ist doch Quatsch. Ah, dann gehen wir hier hin. Ah, okay, alles klar. Google Butch is one of the world's best chance players. Wir verteidigen den, wir verteidigen den. Der ist auch verteidigt. Alles entspannt. Bin nur EM, aber passt. Nur EM, lol. Jeder EM im Chat ist jetzt getriggert. Wir haben ja so viele hier. Aber ich glaub, sieht noch crispy clean aus. Alles beschützt. Alles entspannt. Und wir haben halt immer... Ja, genau. Haben wir ja quasi so gerechnet, ne? Quasi. Der hängt jetzt halt auch, ne? Also wir gehen jetzt hier. Er nimmt hier. Ha. Gefällt mir noch nicht. Gefällt mir alles noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück, ne? Wir gehen einfach mal zurück. Auf entspannter Basis. Problem ist, wir gehen hier und dann ist die Dame halt wieder tight down zum Springer. Das gefällt mir irgendwie nicht. So, dann hängt er einfach. Wir haben kein anderes Feld, ne? Wir haben kein anderes Feld. Das ist gepinnt, richtig? Der Spruch, was ist schlimmer, wenn die Dame hängt oder wenn etwas an der Dame hängt? Ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Das beantworte ich jetzt nicht. Das muss ja jeder selber beantworten. Ich will euch da nicht reinreden, Jungs. Das macht er schon selber. Nerv jemanden. Jemanderin. Moin. Danke für den Follow. Grüß dich. Welcome. In the jungle. Wieso sag ich das? Wieso sag ich immer welcome in the jungle? Das macht gar keinen Sinn. Hör auf. Welcher Monster ist der beste? Ich hab keine Ahnung, Phantom Player. Das ist mein dritter Monster, den ich jemals trinke. Ich hab noch nie einen Energy Drink getrunken. Sag mal, der mag seine Türme, wa? Turm hin, turm her. Das Leben ist ja ganz schön schwer. Okay, wir gehen hier, ne? H3, H4. H4 gefällt mir. Nicht nur, weil es sich reimt. Weil das Ding ist, H4... Achso, H4, er geht hier. Wir gehen hier, er geht hier. Ha. Und nehmen können wir halt auch nicht, ne? Wegen Take, Take. Wir können halt den nicht nehmen, weil der dann sonst hängt. Wir brauchen irgendwas für unseren Springer. Und das geht halt nicht wegen dem. Greift halt immer noch den Springer an. Und die Dame ist halt immer tight down zum Springer. Eigentlich müssen wir irgendein Feld finden, was den Springer von der Dame löst. Damit unsere Dame hier mal agieren kann. Die Dame kann sich frei bewegen. Oder Turm G1? Turm G1 mit der Idee irgendwie. Und dann kommt er hier. Der kommt Schach. Er nimmt raus. Und dann kommt er hier. Okay, wir gehen hier. Er geht hier. Also wir gehen hier. Er geht hier. Schach bringt nichts. Und er nimmt einfach raus. Egal, wir machen den erstmal. Was soll der Geil ist? Wir machen den erstmal. Da fällt mir fast der Casio vom Brett. Doll. Okay, und jetzt greift er halt immer noch den Springer an. Take, take. Der ist auch gedeckt. Okay. 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 Ich mach jetzt den. Der Springer muss von meiner Dame weg. Anders geht's nicht. Wirklich nicht. Oh, lol. Das ist doch cringe jetzt, was er da macht. Oh, das könnte cringe sein. Oh, 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 oh. Okay, nehmen wir raus. Und dann nehmen wir den Kollegen raus. Dann haben wir hier einen Freibauern des Grauens, ne? Moin, Leute. Äh, Elonado, moin. Grüß dich. Oh, ey, mein Auge zuckt. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Aber es zuckt irgendwie gerade. Lol. Ich denke zu viel nach. XD Wer will jetzt auf den Kollegen, ne? Machen wir mal den hier. Verteidigen wir mal den Bauern, weil der ist actually gar nicht so wichtig. Kugels Schwester war vorhin im Stream und er wollte sie leider loswerden. Warum leider? Warum leider? Okay, jetzt hängt aber der, oder nicht? Warum spielt denn der auf einmal so schnell? Und der war super wichtig, ne? Der hat beide Bauern hier irgendwie gehalten. Ich glaube, jetzt gewinnen wir den ganzen Aal hier einfach. Und wir haben irgendwie eine Figur mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Und jetzt will er noch tauschen? Sag mal, dem geht's wohl zu gut, oder? Mit einer Figur weniger? Gegen den Butch im Endspiel. Naja. Na, dann zeig mal, was du kannst, Junge. Dann zeig mal, was du kannst. Also. Im Endspiel gegen den Butch. Na klar. Jetzt wird's aber, äh, jetzt wird's aber, äh, jetzt wird's aber ein bisschen utopisch, um mir mal den, äh, Deutschlehrer raushängen zu lassen. Gegen hier. Okay, das ist doch alles nix. Das ist doch alles nix. So, Turm ist angegriffen, der Bauer hängt und dann haben wir drei Freibauern. Auf entspannt. Komm, was soll der Geilste nehmen wir weg? Wir pushen einfach mal. Kennen wir gar nix. Einfach mal durchpushen hier. Freibauern müssen laufen. Ihr kennt's ja alle. Schach. Wenn er hierhin geht, haben wir direkt mal einen Ton gewonnen. Lol. Oh komm, lese ich ihn wie ein Buch? Lese ich ihn wie ein Buch? Ne, lese ich natürlich nicht. Na klar. Natürlich nicht. Komm, bitte geh einfach hierhin. Oder der sieht auch clean aus. Jiga, du hast 36 Sekunden. Das stimmt. Gebe ich dir hundertprozentig recht? Aber wir kriegen fünf Sekunden pro Zug. Deswegen alles Gucci. Schau mal, wie gewinnt man das denn jetzt? So? Greift den Turm an. Der hängt jetzt. Aber ist nicht schlimm. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Oder brauchen wir den? Ich weiß gar nicht. Wir gehen hier. Er geht hier. Und dann gehen wir hier? Wird schon irgendwie stimmen, wa? Weil er kann den hier nicht nehmen, weil wir sonst Queen. Nicht, dass ich das jetzt hier noch an die Wand fahre, Chad. Sind wir mal ehrlich. Nicht, dass wir das hier noch an die Wand fahren. Wir machen mal den und drohen mal den hier. Die Fork des Grauens. Ihr kennt sie alle. Wenn er den hier nimmt, dann Queen wir. Den kann er gar nicht nehmen, actually. Lol. Nein. Wie schlecht. Checkt nicht seine Zeit. Kulturkonsonant. 36 Sekunden habe ich noch. Haben wir gecheckt. Im Checken bin ich gar nicht so schlecht. Okay, Schach. Schach muss gut sein. Geht gar nicht anders. Wenn er den hier spielt, Queen wir einfach. Egal, was er spielt, wir Queen, oder? Was kann er denn spielen, wenn er den hier spielt? Okay, jetzt ist verloren. Also jetzt ist aber hier polen offen den und dann Queen wir. Jaja. Jaja. GG. Abo Albra. GG. War schön. Oh, das war ein lustiges Spiel. Das war echt nice irgendwie. Ich glaube, wir haben gut gespielt. Bei der Analyse wird er sich wundern. Wen meinst denn du? Hättest Mathe in 1 sehen müssen? Habe ich nicht gesehen. Mathe in 1. Da bin ich noch ein bisschen schlecht. Aber warum Mathe in 1 spielen, wenn man den Gegner noch ein bisschen leiden lassen kann? Es gab irgendein Buch. Die Leiden des Jungen des Jungen irgendwas. Jungs, helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Die Leiden des Adoption ist raus. Wollen wir den adoptieren? Nee, oder? 1.700er adoptieren wir nicht. Werter? Werder? Werter? Leidendes Jungen Werter? Okay. Kenn ich gar nicht. Aber wir gucken mal in die Analyse rein. Den jungen Butch. Das ist ein Mazzat, du alter. Du alter Strich. AC-3. Hatte ich auch irgendwie ein Gefühl. Aber habe ich irgendwie nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Wir stehen gut, Jungs. Wir stehen gut. Das war Quatsch, ne? Jungs, ich sage euch mal einen kleinen Tipp für die Zukunft. Wenn ihr sowas hier kalkuliert, dann müsst ihr konkret Dinge haben. Ihr könnt nicht einfach hier rausschlagen. Und ihr braucht Figuren im Angriff dann. Es gibt eine kleine Regel. Wenn ihr hier Greeks giften wollt, wenn der Bau hier steht, wenn ihr hier ein Greeks Gift spielen wollt, zack, dann ist es immer wichtig, hier einen Springer zu haben. Mit Schach am besten. Und dann die Dame hier hinziehen. Das sind immer so die die Kernkriterien. Sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Haben wir ja gesehen. Kleine Lektion hier am Rande. Ja, solide. Solide. Haben wir zugemacht, klar. Zumachen können wir. Hey, Crispy. Actually, not bad. Okay, aber wieso konnte er nicht den Bauern nehmen? Wir haben doch gesagt, wir haben komplett reingeblendet, oder? Ah, genau. Wegen Schach. Okay. Funktioniert alles. Ah, okay. Nice, nice, nice. Uh, F4. Gefällt mir. Wir stehen hier einfach so gut. Das ist so nice. Wir stehen hier so gut. Gefällt mir sehr. Oh, ja. Ich glaube, wir haben ihn einfach outspielt. Ja, ja. Und dann ist es schon das Endspiel. Wir haben ihn outspielt, Jungs. Sind wir ehrlich? Wir bleiben mal hier auf dem Brett. Bruder, jetzt war ich circa einen Monat inaktiv. Kommen zurück und die Elo ist gedroppt. Da gab es wohl wieder Blunder. Eieiei. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Eins, zwei. Uh, ja. Chat, wir sind doch in Theorie im Königs-Gambischen Spiel. Wir gehen doch für die Cunningham-Variation. Die haben wir doch drauf. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Sauber, mein jung David. Danke dir. Danke dir. Und mal schauen, ob er es alles kennt, ne? Schauen wir mal. Kugel-Booch ist einer der besten Chess-Player. Kennt er ja. Und jetzt D5. Wir sind eine Theorie-Chat. Wir sind doch hier ganz klare Theorie-Füchse. Theorie können wir doch. So, was macht man jetzt? Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ja. Man macht jetzt aber nicht F5, oder? Sag mal, was macht man denn jetzt? Also, ich weiß, dass D5 richtig war. Aber was macht man jetzt, wenn er jetzt nimmt? Bei dem hier können wir nicht spielen, ne? Wenn wir den hier spielen, hängt der hier. Wenn wir C6 spielen. Mann, ey, ich muss tiefer in der Theorie sein. Wir müssen tief rein. Wir sind nicht tief genug drin. Sag ich euch jetzt mal ganz offen und ehrlich. Oder spielt man den hier einfach? Ne, dann hängt trotzdem der, ne? Wobei, hängt der dann? Wir gehen hier, er geht hier, wir gehen hier. Wenn er so takt, takten wir doch gegen. Jungs, vielleicht ist es sogar crispy clean. Ah, ne, das Ding ist, wir gehen hier, er geht Schach. Dann gehen wir hier, dann takt er hier. Wir gehen hier. Dann hat er einen Bauern gewonnen, ne? Aber das sieht er ja gar nicht. Sieht er ja gar nicht. Schauen wir mal. Hab ich meinen Namen gehört? Huch. Starfox, moin. Starfox, wie geht's dir? Der Mott der ersten Stunde. Kugel Butch. Wir sind, wir sind in Theokratie. Alireza Firuja. Huch. Was ist denn Theokratie? Das hört sich ein bisschen nach Bildungsfernsehen an, Rookie. ARD, ZDF. Ich hab mir gestern, ne, heute. Ich hab mir heute ganz viele, ganz viele, wie heißen die Dinger? Nicht Studien, sondern, wo Leute über, über Dinge reden und einem was beibringen wollen. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das nicht? Ganz viele, nicht Studien. Hier auf Spiegel TV und so. Spiegel TV ARD. Wie heißen das nochmal? Ne, nicht Studien. Dokus, genau. Ich hab mir Dokus angeguckt wieder. Und zwar über so, über die ganze Essensverschwendung in Deutschland. Das fand ich, äh, nicht so, nicht so nice. Ist ja gar nichts für mich. Aber interessant, interessant. Also ich wusste es natürlich, dass es da ganz viel Verschwendung gibt, aber ist ja trotzdem, äh, ein Thema. Da müssen wir mal drüber reden. Germany. Merkel. Müssen wir mal reden. Ich lade dich ein. In Stream. Da reden wir mal drüber. Aber Polit-Talk. Hä, gewinnen wir jetzt nicht schon das Spiel? Oder bin ich grad lost? So, halbwegs gewinnen wir das schon, oder? Alarm! Alarm! Okay, wir gehen hier. Ja, geht hier. Wir gehen hier. Nee, ist Quatsch. G4, G5? Wir müssen eigentlich mal entwickeln, ne? G5 sieht da irgendwie ein bisschen Quatsch aus, aber irgendwie sieht es auch nicht nach Quatsch aus. Achso, G5 nimmt er ja raus. Okay, take, take. Okay, wir wollen Damen auf dem Brett behalten. Wichtig. Deswegen, wir können auch hier hingehen, ne? Dann muss er mit Bishop nehmen. Aber wenn er mit Damen nimmt, ist Schachmatt. Das heißt, wir gehen hier. Er nimmt mit Bishop raus. Dann können wir hier hingehen, greifen den Bishop an und den Bauern. Er muss wieder zurückgehen. Sieht für mich annehmbar aus. Machen wir. Hallo zusammen. Sag mal, spielt Kugelbuch eigentlich auch gegen Zuschauer oder werden hier nur Elo-Punkte an andere verschenkt? Aber willst du meine Elo-Punkte geschenkt haben? Deswegen willst du gegen mich spielen. Also, zurzeit spiele ich gegen Zuschauer. Äh, gegen, äh, gegen Randoms aus dem Internet. Weil da bin ich mir relativ sicher, dass die meinen Stream nicht gucken. Und bei euch kleinen, äh, Strählchen, da bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Blandern ist ja auch irgendwo Key. Ne, Blandern ist kein Key. Okay, das haben wir gerechnet, Jungs. Das haben wir ja gerechnet. Wir gehen jetzt einfach hier hin. Er muss wieder zurück. Dann weiß ich noch nicht ganz, wie wir hier, äh, fortführen. Den ganzen Schmarrn. Weiß ich noch nicht ganz. Oder wir entwickeln uns einfach. Aber irgendwie, Entwicklung sieht irgendwie zu langsam aus. Komm, wir machen mal den. Wenn er den hier spielt, dann nimm er gegen. Und wir haben halt immer noch Kontrolle über dieses Feld, ne? Deswegen, er muss da ein bisschen aufpassen. Streamsnipern bringt doch gar nichts beim Schach. Ach, naja, schon. Also, finde ich. Also, man sieht ja hier meine Pfeile und was ich vorhabe, ne? Also, hm. Ich weiß nicht. Ich finde schon, dass es ein bisschen was bringt. Bei den Zuschauern wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die vielleicht den Stream gucken. Ja, genau, ist immer satt. Das hat immer das Ding. Das hat immer so das Ding. Da muss man immer ein bisschen drauf gucken, wa? Aber wir müssen wirklich mal wieder gegen Zuschauer spielen. Wir müssen mal so einen Zap-Tag eigentlich machen, ne? So einen Zap-Day. Zap-Way. Zap-Day. Vor allem, wenn Butch seine großmeisterlichen Züge einberechnet. Na klar, die können wir gut. Aber der rechnet gerade ein bisschen, ne? Da haben wir Zeit zum Trinken. Ist 1400 Elo gut für drei Wochen Schach? Ja. Ja. 1400 Elo für drei Wochen Schach? Ist gut. Kann man nicht meckern. 333 bei Kugelblenderei. Hab in Geschichte aufgepasst. Wait, ist 333 ein Codewort für irgendwas? Er spielt jetzt B3, sagt der Hühnerpaul. B. Kann er machen. B3. Jetzt spielen wir den hier. Dann hängt der Turm. Boah, Junge. Hühnerpaul, was sagst du denn jetzt? Turm weg. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness? Hättest du mal direkt den Turm geblendet? Junge, Junge. Er spielt C4. C4 ist auch gut. Ja, das war nicht besonders schlau. C4 ist natürlich auch nicht schlecht. Und wir können den hier nicht nehmen, ne? Mächtest du richtig sehr? Ha. Schwierige Steil. Oh, clean. Chat. Den. 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 Machen wir doch direkt. Jetzt muss er schon fast den hier spielen. Jetzt muss er ja fast den hier spielen, oder? Weil sonst kommt der hier um die Ecke. Und dann ist schon Matt. Matt. Lol, Matt. Ja, Quatsch. Schade. Fast aber. Okay, wir gehen hier, ne? Boah, wir machen zu viele Züge mit der Dame. Gefällt mir nicht. Aber ich mein, wir drohen Schach. Schach in eins. Entwicklung ist ja auch irgendwo Key eigentlich, wa? Brauchen wir erstmal nicht. Gibt's bei 1.000 Subs einen 333? Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Schwäche? Bei Isos blande Reißhahn von Kugel. Jungs, ich hab keine Ahnung, was mit 333 meint. Also da bin ich gar nicht drin. 333 verstehe ich irgendwie nicht. Okay. Okay, wir könnten den hier nehmen. Er geht hier Schach, wir gehen hier. Er geht hier Schach, Matt. Wir können hier nicht hingehen, ne? Wir müssen den hier irgendwie covern. Wir müssen mal A3 spielen, glaube ich. A6. Springer A6. Wenn er den hier nimmt, dann ist er, glaube ich, verloren, ne? Wenn er den Bauern nimmt, dann gehen wir hier Schach. Sollte gut für uns sein. 333. Nett gemeint. Danke dir, Markus. Also das 333. Also, dass er so geschrieben wird, weiß ich. 333. 555. Jungs, kennt ihr die Leute, die anstatt 5, 5 sagen? Also mit U quasi. 5. Kann ich nicht ernst nehmen. Bin ich ehrlich. Huch. Lol. Cringe. Hä? Was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Okay, was ist, wenn ich hier hingehe zum Beispiel? Er nimmt hier raus, wir gehen hier Schach. Ah ne, wir haben gar keinen Schach mehr. Lol. Okay, wir können aber hier hingehen, ne? Wir können hier hingehen. Achso, er will den hier spielen wahrscheinlich. Weil den nehmen wir immer hier raus. Okay. Wir gehen hier. Er geht hier. Greift unsere Dame an. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Ja, ja, das ist doch alles entspannt. Das ist doch alles entspannt. Das ist doch alles entspannt. Wir entwickeln uns erstmal. Wir müssen bloß aufpassen, dass er unsere Dame nicht trappt. Wichtig. Aber ich glaube, die ist da noch relativ safe. Wir können hier die ganzen Bauern snacken und dann nehmen wir noch den hier raus. Drei Bauern gewonnen. Thürmer connect mit F5. Mit F? Genau, mit Bishop F5. Thürmer sind connected. Okay. Okay, er sagt hier einfach mal Schach. Er sagt einfach mal Schach. Boah, das sieht auf einmal nicht mehr so gut aus, ne? Ich meine, F6. Komm, wir machen den. So, er nimmt jetzt den raus. Ist nicht so schlimm. Damit können wir doch noch alle leben, oder? Oder? Wir können doch nicht mehr kasseln, sehe ich gerade. Scheiße. War das ein klassischer Blander? Es könnte sein, dass es ein klassischer war, ne? Egal, wir gehen jetzt hier. Greifen die Dame an und dann hängt erstmal der Bauer hier. Also wenn der Turm hier ins Spiel kommt, dann sind wir glaube ich gut. So, Bauer hängt. Oh Gott, wenn der Bauer hängt, dann hängt er auch gleichzeitig mein... Ah ne, wir machen E8. Dann kommt aber der. Oh mein Gott. Okay. Ne, dann hängt aber der. Alarm! Okay, es kommt der hier, hier und dann hängt der. Okay, alles klar. Die rechnet mal eben. Die rechnen in unter 0,5 Sekunden, Junge. Er nimmt den Bischof, hat er schon, ja. Den Bischof haben wir abgegeben, leider. Aber wie... Achso, er spielt direkt den Turm. Ah ja, okay, stimmt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ah okay, er spielt direkt den Turm, klar. Warum eigentlich nicht, ne? Haben wir gar nicht gesehen, bin ich ehrlich. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ah, ich glaube, das haben wir ja verloren, ne? Naja, jetzt haben wir einfach verloren. Oh, dieser Bishop hier, ne? Der triggert mich ein bisschen, bin ich ehrlich. Oder gehen wir einfach hier hin? Schach? Nee, 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 nee. Oder? Wir gehen hier? Da antauschen kann er ja nicht. Wir gehen hier? Wenn er hier Schach sagt, gehen wir hier und dann geht er einfach hier. Boah, das funktioniert halt alles nicht, ne? Ich glaube, es war es, Chad. Wir sind durch. Wir werden hier mattiert. Wir werden mattiert. Er kann jetzt sogar noch hier zwischenziehen, wahrscheinlich. Kappa. Immer gegen. Das war's. Ich glaube, das ist Schachmat hier. Also fast. Ja, ja. Gut gespielt. Aster saß. Well played. Nee, nee. Enjoyed my stay noch nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir bleiben hier noch ein bisschen länger auf dem Brett. Wir machen den. Weiß aber nicht, ob wir das jetzt hier weiterspielen sollen. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Gefühlt. Macht nicht so viel Sinn, ne? Die noch irgendwie weiterzuspielen. Aber ich mein, es ist alles schon passiert. In der Schachgeschichte. Der hängt. Da können wir eh nicht mehr machen. Ich drohe mal den. Warum nicht? Die Fork des Grauens. Ja. Nicht schön, aber selten. Huch, das funktioniert sogar, lol. Okay. Aber, ich mein, gut ist es trotzdem nicht wahrscheinlich. Wieso hat denn der so viele Figuren mehr? Das gibt's ja gar nicht. Das hier wird er ja gar nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, der kann dich matt setzen. Weiß gar nicht, warum. Warum? Unsere Figuren stehen natürlich auch sehr aktiv. Klar. Wir haben ja nur noch eine. Ich glaube noch an den Sieg. An den Sieg. Ey, Rookie. Ich bin drin. Ich arbeite dran. Ist das nicht matt? Ne. Oh, Double Attack. Ganz spannend. Kommt. 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 Ich glaube, wir standen noch nie schlechter, ne? Das ist jetzt no joke. Wir standen, glaube ich, noch nie schlechter im Schach. Wir hatten noch nie eine schlechtere Position. Nehmen wir doch raus mit Schach, oder? Nehmen wir doch raus mit Schach. Wir wollen so viele Bauern abgeben wie möglich, Chat. Ihr wisst warum. Ihr seid doch drin hier. Ja? Jetzt rennen wir durch. Der weiß nicht, wie man matt setzt. Das spüre ich schon. Das spüre ich gerade. Der weiß einfach nicht, wie man matt setzt. Hä? Ich kann nichts mehr machen. Ach doch. Oh Gott. Hat der uns jetzt hier, oder was? Wir haben nur noch zwei Züge irgendwie immer. Der ist gedeckt. Der ist gedeckt. Der ist gedeckt. Der ist gedeckt. Oh, lol. Oh, Junge. Hä? Boah, der hat so ein Glück. Das weiß der gar nicht, ne? Der hat so ein Glück. Hätte der den gepusht, der matt. Das war ich besonders schlau. Der hat so ein Glück, ne? Kann man so ein Glück haben, ey. Bleib mal in der Mitte. In der Mitte vom Brett. Äh, 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 da war natürlich ein Pad drin, forciert. Chat, forciert das Pad wieder mal? So, wie es sich gehört. Na klar. So, wie es sich gehört beim Schach. Ein gutes, altes Pad. Na klar. Darauf erstmal ein Schluck. Ein Schluck Monster Energie. Na klar. Ich hab's irgendwie gefühlt. Ich bin ehrlich. Ich hab's irgendwie gefühlt. Immer schön in der Mitte vom Brett bleiben, dann ist irgendwann Pad. Macht's nach, Jungs. Ganz wichtig im Schach. Aber Endspiele können wir halt auch, wa? Endspiele können wir halt auch. Plus 23 macht uns gar nichts. Äh, macht uns gar nichts. Genau. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Das ist ein sehr schönes Pad-Bild. Das ist ein sehr schönes Pad-Bild, Kollege. Oh, das ist wirklich cool. Ein sehr, sehr schönes Pad-Bild. Der hier macht die Felder, der macht die, der macht den, der macht den, der macht den, 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 und der macht den. Ganz ohne Urbild. Ach Quatsch, hier ist gar keiner bezahlt. Das ist alles so gewollt. Man sieht's hier wahrscheinlich auch im Analysebrett. Ist hier Pad-N-3 wahrscheinlich, wa? Jaja, Pad-N-3. Die Engine sagt's auch. Man macht den hier. Und dann ist Pad-N-2, wa? Naja. Weiter geht's. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Pepe, 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 Pepe. Grüß dich. Danke für den Follow. Und Pen Solo. Danke dir. Für deine 100 Bits. Danke, Fritz, für 100 Bits. Und jetzt sind wir hier drin. Wir gehen in Stafford rein. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Jungs, wenn ihr ganz schnell gewinnen wollt, geht einfach in Stafford rein, kennt Theorie und dann blitzt er den weg. Ganz einfach. Einfacher geht's ja gar nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Gegner wegblitzen können wir. Gegen den 1700er funktioniert es immer. Grüße dich, Pepele Pau. Moin. Grüß dich. Grüße gehen zurück, wa? Grüße gehen zurück. Oh, der spielt gut. Er spielt gut, Chad. Er weiß, was er macht. So kenne ich meine Gegner gar nicht, wa? Dass die wissen, was sie machen. Ich weiß nicht, wer macht der Bauer? Wenn er nimmt, nehmen wir gegen mit Schach. Ich glaub schon, oder? Removen wir mal eben. Stafford ist böse? Chester? Sag das hier nicht zu laut. Sag das hier. Stafford ist Müll. Einmal bitte den Chester. Einmal bitte fünf Minuten raus. Ciao. Fünf Minuten raus. Wir sehen uns. Na ja, Gegner. Fünf Minuten raus mit dem Knirch. Stafford ist Müll, schreibt da rein. Martin 5. Junge, Junge. Stafford-Leugner brauchen wir hier nicht. Das ist Müll, schreibt da rein. Das ist Müll, schreibt da rein. Das ist Müll, schreibt da rein. Das ist Müll, schreibt da rein.